Da ist der Turm. Da wollte ich ihn erstmal. Hallo. Warum kletterst du da nicht hoch, Junge? Jetzt. Auf geht's! Fehlt nur noch ein Turm dann. Und dann müssen wir zu den Koronen hin. Dann ist das natürlich wieder viel zu heiß. Was ist denn das für ein Riesenloch da hinten? Achso, das ist das Schloss. Okay. Ich habe nichts gesagt. Oh, was muss ich hier machen, dass ich den aktivieren kann? Gar nichts. Turm in Suzuki-Schneefeld. Ah, der läuft. Gut. Zum Glück. Zum Glück läuft der. Okay. Dann wollen wir mal. Auf geht's! Ich liebe das immer noch so, ey. Ich sehe hier gar nichts. Durch den ganzen Schnee. Ah, da ist der... Habe ich das gerade richtig gesehen, dass da der Vogel war? Also die Geogryph-Glyph-Glyph-Glyph-Glyph. Da ist der Vogel. Da ist der Vogel. Okay. Oh, Gegner. Nein. Tschüss. Er kriegt mich nicht. Mit einem erlaubt von Gegnern genervt zu werden, ist halt nicht so gut. Da unten ist der Vogel. Eigentlich haben... ...habenbauch. Habenbauch. Alles klar. Ja. 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 Habe ich das gerade richtig gesehen? Das sind Fliegen... Okay. Sind das hier Ornys? Oder sind das Gegner? Nee, was ist das? Okay. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Hm. Ist aber schon cool gemacht alles. Warte mal. Kann ich irgendwo schreien, dass ich... mich hoch... ...porten kann? War das knapp. Gott, war das knapp. Er hätte uns fast erwischt. Ähm. Wir besser gleiten wieder. Er hätte es gerade nicht so schlimm hier oben. Ausnahmsweise irgendwie. Wo haben wir es? Wo ist es? Hallo? Ach da, ich hab's. Erst mal suchen. Wie ne? Ja. Und die nächste Erinnerung. Komm zu Daddy. Habe ich nicht gesagt. hier. Hallo. Und es ist mir geholfen. Königin Sonja, sag doch etwas! Endlich. Endlich halte ich ihn in meiner Hand. Oh, ich spüre seine Kraft in meinem Inneren. Ich bin kein Venken, Freunde. Machja! Gehe! 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 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Vom heutigen Tage an ist dieses Geschenk der Götter mein eigen. Und ein armes Weib, sie wurde zum Opfer deines Stolzes. Dein Glaube, mich unterwerfen zu können, war der erste Schritt in deinen Untergang. Gerdon, da! Eure Gemahlin braucht euch. Gerdon, da! Gerdon, da! Gerdon, da! Gerdon, da! WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Diese Maske hat zu, ey, passt ja gar nicht. Damit ist er im Mohnkönig geboren. Boah. Okay, nice. Schon cool. Die Geburt des Dämonenkönigs. Ja, so, jetzt haben wir diese Erinnerung. Wenn das hier fertig ist, dann können wir das auch einmal löschen. Brauche ich nicht mehr. Jetzt wird das, das und das. Das war wo? Da drüben. Da können wir eigentlich so hin. Eigentlich. Das andere ist da. Und das letzte wäre da oben. Äh, Karte. Oh, hier war das, ne? Ich müsste nochmal gucken. Ich bin ja vergessen. Da drüben. Okay. Schreckt da nach unten. Also richtig hier gewesen, okay. Mal gucken. Da 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 da. Auf was besonders passiert, wenn man alle Erinnerungen hat? Frage mich gerade. Frage mich gerade. Ja, dir ist kalt. Ich weiß. Weißt du was? Mir egal. Tschüss. Ab nach oben. Äh, wo war das? Da. Weil ich will lieber damit fliegen. Das ist nämlich besser. Das ist nämlich um einiges besser. Da können wir besser gleiten. Ja gut, der nimmt grad Schaden, ne? Weil da noch was Nahrungsmäßiges ist. Ne, hatten wir noch nicht. Stimmt, ja. Naja. Sollte aber gleich wärmer werden. Glaube ich. Beziehungsweise hoffen. Warte mal, das müsste der letzte Sprungturm sein, ne? Na gut. Und so extrem schnell schaden ich mich auch nicht. Passt ja. Oder hab ich den Dom schon? Ne, importen kann ich mich da nicht. Oder? Doch, kann ich. Toll. Das ist der, wo ich schon war. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Dann werde ich ihn noch finden. Ist halt, dass ich mich da hin teleportieren, ne? Nein, ich nehm erstmal unnötig Schaden. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo haben wir das Ding denn? Hier, ne? Ja. Und tschüss. Ich liebe diese Klamotten zum Gleiten, ey. Hui. Vor allem, das verbraucht wenigstens keine Energie. Da ist die Erinnerung. Also die Drachenträne. Hui. Und? Ab geht's. Dann holen wir uns gleich die nächste. Kaufter. Ja, ich weiß nicht, ob sie schaden. Kaufter. König Rauru Aus der Gerudo-Wüste wird berichtet, dass nun auch die letzte Ortschaft in der Hand des Feindes ist. Unsere Truppen vermögen die Armee des Bösen nicht mehr aufzuhalten. Ich verstehe. Dann werde ich mich selbst dem Dämonenkönig stellen. Rauru, er ist viel zu stark. Du allein hast nicht die Macht, ihn jetzt noch zu bezwingen. Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Die Oberhäupter dieser vier Völker stehen dir wahr. Und Zelda obendrein. Und vergiss nicht, auch ich bin an deiner Seite. Dann lasst mich euch etwas zeigen. Und sie kennen auch nicht. Soll ich das nicht. Ich bin ein Film des Bösen. Und das ist spannend. Ich bin ein Film des Bösen. Ja, Mysteriensteine. Bitte steht mir bei und leit mir eure Kraft. Wir alle gelobenen. Hiermit, dem König des Lichts zu dienen und den Dämonenkönig zu bezwingen. Okay, das ist die Kammer, wo die Dinger nämlich abgebildet sind. Lass mich raten, wenn ich alle zusammen habe, muss ich da hin. Also, würde mich nicht wundern. Wahrscheinlich können wir uns so selber zurückrufen oder so. Keine Ahnung. Die nächste Erinnerung. Ups, das war sogar die falsche Mist. Geil. Welche fehlten noch? Die habe ich. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ist das eine falsche Reihenfolge oder fehlt da eine? 1, 2. Guck mal, die habe ich da, da. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Oder kriegt man so noch eine andere Erinnerung zwischendurch? Das wäre jetzt doof. Äh. Dann haben wir hier rein, in den Tempel, wo wir auch rein müssen. Beziehungsweise nicht müssen, aber da, wie ich etwas gucken wollte. Mhm. Das war doch die richtige. Oder fehlt uns da einfach nur eine andere? Aber die erste fehlt ja aber auch noch. Naja, gucken wir einfach mal. Ups. Nicht auf meinen Aussage achtet. Nicht darauf geachtet. Naja. Das ist das hier. Ich glaube, da müssen sich dann alle darauf positionieren. Also die Geister. So. Okay. Moment. Moment. Das habe ich, das, 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 das. Dann habe ich das eben gemacht, dann habe ich das, ja. Ist doch richtige Reihenfolge. Dann ist das wahrscheinlich eine andere Erinnerung, die fehlt. Oder das ist einfach nur anderes gemacht. Moment. Das war hier unten. Die ist dann hier irgendwo gewesen. Warte mal, das. Okay, das ist hier gewesen irgendwo. Beste Weg wäre der Turm wahrscheinlich wieder. Witzigerweise muss ich mal gucken, ob ich da auf den Himmel kann. Als ich ja eben schon so gucken könnte. Manchmal. Naja. Himmel. Himmel. Okay, auf das Archipel war ich noch nicht drauf. Gut. Dann wollte ich mich... Springen wir nach oben. Nee, das war halt die Richtung, die ich auch muss. Da ist das Ding. Wo ich da raufkomme. Wahrscheinlich müsste ich schneller fliegen. Ich sehe nichts. Hilfe. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Wolken. Ach, unter mir war auch noch was. Nee, da war ich auch schon drauf, ne? Ich glaube ja. Und dann bin ich da unten runtergesprungen. Stimmt. Da war ich auch drauf. Archipel von Pirone. Zumindest meine Ausdauer auf, dann. Und dann weiter. Blum. Ohohoho. Das war knapp an Ausdauer. Das war wirklich knapp an Ausdauer. Das Ding ist da. Hui. Okay. Yo, 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 yo. Da will ich aber nicht reinspringen. Noch nicht. Ich will erstmal da hin. Aber wenn ich es so mache, dann gleite ich schnell nach vorne jetzt, ne? Da haben wir sie. Und zumindest Ausdauer sparen dadurch. Uiuiui. Hm-hm. Da habe ich dann die. Okay. Und dann müsste ich gucken, dass ich mir vielleicht die letzte hole. Wahrscheinlich klappt das aber noch nicht. Oh, mein Rest aus Story. Okay. Da. Schöne. Sanya. Ah, Zelda. König Rauru, vor dem großen Kampf mit dem Dämonenkönig, wollte ich euch noch etwas Wichtiges mitteilen. Ich kam her, nachdem ich ganz tief im Untergrund die Mumie eines Mannes entdeckt hatte. Sprich weiter. Als ich mit Ansah, wie der Mysterienstein Ganondorfer wandelte, da wurde mir etwas Schlimmes klar. Die Mumie, die wir aufweckten, das war er. Er war noch am Leben, in meiner Zeit. Das heißt, er wird überleben und die Zeiten überdauern. Die morgige Schlacht. Alle unsere Truppen werden nichts ausrichten. Wir werden dem Dämonenkönig entgegentreten und untergehen. Nicht er, sondern ihr werdet. Das ändert nichts. Ich werde trotzdem in die Schlacht ziehen. Mein Hochmut hat uns in diese Lage gebracht. Für diesen Fehler bin ich bereit zu bezahlen. Und abgesehen davon, ich bin noch immer der König von Hyrule. Das Volk zu schützen und das Reich zu erhalten, ist meine oberste Pflicht. Selbst wenn ich dafür mit dem Leben bezahle. Sollte es uns tatsächlich nicht gelingen, den Dämonenkönig zu bezwingen, dann ist es an ihm, dem Ritter, der das Bandschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Doch wer sagt überhaupt, dass sich die Zukunft so entwickelt, wie du sie kennst? Deine Ankunft hier hat die Karten neu gemischt. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Es soll alles einen Grund haben? Scheint so. Oh man. Was ist das für eine Erinnerung, die denn da fehlt? Also das war die nicht, das war auch richtige Klatsch. So, jetzt findet ihr noch eine. Was ist das denn für eine? Vor allem hilft ganz oben, findet ihr mir auch noch eine. Vor allem, es kommen noch mehr Erinnerungen. Wo haben wir hier den Turm? Das müssen wir auch noch mal gucken. Am besten, ich nehme mal den Schrein genommen, also den Turm nochmal, um mich hochzuschießen. Um zu gucken, ob er da irgendwo zu sehen ist. Na, jetzt wippert er gleich wieder. Oder nicht? Nö. Ist das schon mal nicht so kalt wie auf dem anderen Gebiet da. Okay. Hm. Was haben wir da vorne? Da ist mein Misfi hier. Der hat mich voll erwischt. Da ist der Turm. Hat er mich nicht gekriegt. So. Hm. Aha, was haben wir denn da? Wieder so ein Plastmenstein. Und da hinten ist auch das Schwert.